Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Politik-Fans, Local Politics ist heute zu Gast bei der Ortshauptversammlung der CSU in Lehausen und wir haben jetzt hier die Gelegenheit mit dem Vorsitzenden, Stadtrat und Mitglied des Bayerischen Landtags Johannes Hintzberger zu spielen. Herr Hintzberger, heute stehen ja Neuwahlen an bei der CSU in Lehausen. Wird es denn da personelle Veränderungen in der Führungsspitze geben? Ja, wir stehen heute Neuwahlen an und es wird auch eine Veränderung in der Führungsspitze geben. Nach 18 Jahren Vorsitzender hier in diesem größten Ortsverband der CSU Augsburg, nämlich in Lehausen, gebe ich den Staffelstab heute weiter an einen jüngeren Parteifreund. Ich bin sehr froh, dass wir hier einen harmonischen Übergang finden. Es ist wichtig, auch jüngere, engagierte Leute in die Verantwortung zu nehmen und von daher bin ich sicher, dass hier mein Vorschlag, den Freund Horst Hinterbrandner als meinen Nachfolger von der Mitgliederversammlung auch dementsprechend gewürdigt und aufgegriffen wird. Als CSU-Stadtrat ist es immer für Sie leicht, Lehausen-Themen in den Augsburg in den CSU-geführten Stadtrat zu bringen. Welche Lehausen-Themen wird man denn dort insbesondere im Jahr 2011 diskutieren? Es sind letztlich drei Schwerpunkte einmal und es ist ganz wichtig, dass wir hier den vierstreifigen Ausbau der kleinen Ostumgehung wirklich jetzt in Angriff nehmen. Dafür haben wir in den letzten Wochen nochmal auch Gespräche bei der Regierung von Schwaben geführt, was die Zuwendungen des Freistaats anbelangt. Diese Zuwendungen sind mit über 65 Prozent gesichert und von daher ist es wichtig, dieses Nadelöhr endlich zu beseitigen und damit auch die Verkehre aus den Wohngebieten von Altlechhausen herauszubringen. Dies ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Der Stadtrat hat hier bereits die Mittel für die erste Tranche in der Größenordnung von 2,8 Millionen genehmigt. Mitte des Jahres gehe ich mal davon aus, können hier die Bagger verrollen. Der zweite Punkt ist wichtig, dass wir hier um die neu gebaute Lechbrücke, Ulrichsbrücke, hier diesen sogenannten Flösepark angehen. Dass wir den Lech, unseren Fluss für Lechhausen, einfach näher zu den Menschen herbringen oder die Menschen näher zum Lech hinbringen und mit diesem Fluss eine schöne lebendige Parkanlage kreieren und gestalten. Dies ist ein wichtiges Anliegen, dies haben wir vor. Das wird nicht alles innerhalb von einem Jahr gehen, aber dass wir hier mittelfristig diesen Punkt hier wirklich für die Menschen und für die Lebendigkeit und die Lebenswürdigkeit von Lechhausen weiter hier verbessern können. Und ein dritter Punkt ist der Bereich der Familien, der Kinder, der Schulen. Hier stehen etliche Sanierungsvorhaben an, unsere Grund- und Mittelschulen hier in Lechhausen, aber auch das Förderschulzentrum. Hier wollen wir auch mit Blick auf die Ganztagsangebote dementsprechend unsere Lechhauser Schulkinder noch besser fördern. Blick mal noch mal kurz über die Grenzen von Augsburg hinaus. Sie sind ja Mitglied des Bayerischen Landtages und dort insbesondere mit dem Thema Bundeswehrreform beschäftigt. Wie würden Sie denn mit dem Thema Standortschließung umgehen und wie ist der aktuelle Stand? Wie könnte denn Bayern hier davon betroffen sein? Ja, Sie haben in der Tat ein sehr wichtiges Thema angesprochen, das uns in ganz Bayern, aber eben auch hier in Augsburg mit Blick auf Lager-Lechfeld sehr berührt. Auf der ersten Seite muss klargestellt werden, wir können nicht die Bundeswehrreform, die notwendig ist, die unstrittig ist, hier umsetzen, unsere Armee um 35 Prozent verkleinern und meinen, dass hier im Bereich der Standorte alles beim Alten bleibt. Dies passt nicht zusammen, dies muss auch ehrlich gesagt werden. Für Lager-Lechfeld insbesondere gilt, dass hier gerade die zivile Mitnutzung des militärischen Flugplatzes heute schon ausgesprochen erfolgreich mit EADS, Premium Aerotech und dem Jaber-Geschwader hier praktiziert wird. Dies ist ein besonderer Punkt, der Augsburg hier vor vielen anderen Flugplätzen der Bundeswehr auszeichnet. Dies ist auch insbesondere wichtig vor dem Hintergrund, dass wir ja mit dem Innovationspark zum Beispiel diesen Bereich weiter forcieren wollen für die gesamte Region, Großregion Augsburg und von daher ist es wichtig, dass dieser Abtransport von Großteilen für E-Bus, die hier in Augsburg gefertigt und zusammengestellt werden, dann dementsprechend mit dem Großraumflugzeug Beluga auch nach Frankreich oder wohin auch immer geflogen werden kann. Von daher hat dies eine besondere Bedeutung, dies machen wir deutlich. Ein weiterer Punkt ist, dass wir insbesondere auch die Standorte auf dem flachen Land hier mit einem bestimmten Prä versehen wollen und das dritte Kriterium ist, dass wir vor allem Schulstandorte der Bundeswehr und die Bundeswehr-Universität in Neubiberg hier eine besondere Priorität verleihen wollen. Wie ist denn der Standort der Galechfeld? Gibt es da Neues? Derzeit ist natürlich viel Spekulation. Ich habe letzte Woche im Rahmen der Sicherheitskonferenz auch nochmal persönlich mit dem Verteidigungsminister zu Guttenberg gesprochen. Ich habe mir nochmal deutlich gemacht und klar gemacht und versichert, dass der Zeitplan steht. Nämlich jetzt im ersten Quartal werden die Kommandostrukturen, die Organisationsstrukturen neu zusammengestellt und entschieden und bis zur Sommerpause Juli soll dann ein erstes Standortpapier hier vom Verteidigungsminister vorgestellt werden. Bis dahin gilt es insbesondere die Argumente. Militärisch ist klar, aber eben auch, was links und rechts von der militärischen Argumentationsseite hier wichtig ist, von unserer Seite aus Bayern hier mit dem Minister diskutiert werden. Herr Innesburger, vielen Dank für das heutige Statement im Rahmen der Hauptversammlung hier und Ihnen alles Gute. Ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch, für Ihr Interesse, wünsche Ihrem jungen Sender viel Erfolg und vor allem ein großes Interesse für alle, die politisch interessiert sind und für solche hoffentlich viele, die es künftig werden wollen. Vielen Dank. Ja, das war das Interview mit Mitglied des Bayerischen Landtags, Johannes Hintzberger. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen alles Gute.